wunderschönen guten tag leute einen guten morgen an euch alle hier ist wieder bobby von youtube mit einem neuen video ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die leute die wirklich meine videos immer kommentieren mich abonnieren und mich dabei immer unterstützen meine videos anzuschauen denen denen es gefällt dass sie auch sich immer beteiligen und ich möchte meine ehemaligen ausbildungs kollegen grüßen meine ganzen best friends die ich kenne und liebe grüße an okan liebe grüße auch an samantha und liebe grüße an cela salva der super fitness tipps gibt es für die leute die jetzt abnehmen wollen und dann möchte ich noch meine family grüßen vom ganzen herzen der radio als mein bruder die sweaty und ja dann auch spiel chris die matze vfb-fan auf jeden fall mit der aufstieg wird schon wohl wird wohl hinhauen so wie es gerade aussieht und ja genau david andrade noch darf ich nicht vergessen und ja danke euch für die tolle unterstützung und youtube macht mir sehr spaß und deswegen mache ich auch das ganze um euch zu unterhalten demnächst werden auch wieder videos damit kommen mit michi benaglio mit einer challenge werde ich euch noch nicht verraten und ja soweit wünsche ich euch auch einen tollen tag einen tollen dienstag und einen guten zweiten mai also leute haut rein ciao ciao